Die ersten Informationen zu Justice League sind veröffentlicht worden. Allen voran der Schurke der Gerechtigkeitsliga. Wer das ist, erfahrt ihr in diesem Video. Während Batman und Superman gegeneinander kämpften, braute sich bereits im Hintergrund und in Vision eine neue Bedrohung zusammen. Aufgrund des Omega-Zeichens vermuteten die meisten Comic-Fans, dass Darkseid der große Schurke im kommenden Justice League-Film sein wird. Allerdings könnte es mit den neuen Informationen, die wir zu dem Film haben, durchaus sein, dass er erst im zweiten Teil von Justice League seinen großen Leinwandauftritt haben wird. Vorher wird ein anderer für Chaos sorgen. Und das ist kein geringerer als Steppenwolf. Wer ist dieser Kerl? Steppenwolf ist einer der sogenannten New Gods. Einer alten, mächtigen Rasse, die sich in zwei Völker aufgeteilt haben und daher zwei unterschiedliche Planeten bewohnen. Während die eine Hälfte der New Gods den friedliebenden Planeten New Genesis regiert, verweilt der Rest auf dem albtraumgleichen Planeten Apocalypse, wo Darkseid herrscht. Steppenwolf gehört zuletzterem. Als Bruder von Hegra ist er der Onkel von Darkseid und General des Militärs von Apocalypse. In den Comics ist Steppenwolf einer der ersten Überlebenden einer Doomsday-Attacke. Vor 245.000 Jahren flog er mit seinem Neffen Darkseid und einer kleinen Crew auf den Planeten Bülern V. Hier nutzten sie die Zwangsheirat zwischen Darkseid und der Prinzessin des Planeten als Vorwand, um die wertvollen Ressourcen des Planeten abzubauen. Dieser Plan wurde allerdings gestört, als Doomsday plötzlich Angriff, weshalb Darkseid und Steppenwolf nichts anderes übrig blieb, als die Flucht zu ergreifen. Ansonsten ist Steppenwolf hauptsächlich Darkseids wichtigster Heerführer, der auch dafür verantwortlich ist, die Truppen für Darkseids Armee zu trainieren. In einer zusätzlichen Szene in Batman v Superman Dawn of Justice ist ein Hologramm einer ominösen Figur zu sehen, die mit Lex Luthor kommuniziert. Aufgrund des hornähnlichen Helms gingen wir zunächst davon aus, dass es sich bei dieser Figur um Juga Khan, Darkseids Vater handelt. Es wurde nun aber bestätigt, dass Steppenwolf in dem Hologramm zu sehen ist. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass Steppenwolfs Aussehen in der neuen DC-Comic-Reihe New 52 stark verändert wurde und nun diesen gehörnten Helm trägt. In dieser neuen Reihe führte Steppenwolf auch schon eine Invasion auf die Erde durch, mit Darkseids bekannten Paradämonen, die wir ja auch in Batmans Zukunftsvision sehen. Was sind seine Fähigkeiten? Als ein hochrangiges Mitglied der New Gods verfügt Steppenwolf über eine Bandbreite an Fähigkeiten. Zu diesen gehören Unsterblichkeit und übermenschliche Stärke. Des Weiteren ist er als Militärgeneral ein begnadeter Krieger, Waffenexperte und Stratege. Zu seinen bevorzugten Waffen zählen seine Elektroachst sowie das klassische Schwert. Außerdem kommandiert er seine eigene Brigade, die sogenannte Dark Calvary. Krieger, die auf gigantischen Hunden reiten. Daher ist der übermächtige Steppenwolf auf keinen Fall zu unterschätzen. Was haltet ihr von dieser göttlichen Bedrohung? Schreibt es uns in die Kommentare. Und wenn ihr mehr über Darkseid erfahren wollt oder euch die Infinity Stones interessieren, dann schaut euch diese Videos an.